Oh, der Multi-Miner! Pass auf! Pass auf! Team, wo sind die Hater? Yo! Let's go! Im Heute-Cash-Rabio gibt es hier ein absolut geiles Video, denn heute pushen wir live mal wieder auf Platz 1 der Welt mit diesem Lockbait-Deck. Ihr kennt das Lockbait-Deck von Wiley? Ich habe den Icebird reingenommen, weil ich einfach ein großer Fan vom Icebird bin. Und wir haben es wirklich gegen die besten Spiele der Welt live auf Platz 1 der Welt geschafft. Wenn ich in solchen Content in Zukunft nicht verpassen würde und mich ein bisschen motiviert würde, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Das würde mich extrem freuen und wie ihr mich noch ein bisschen mehr supporten könnt, gerne den Kanal kostenabonnieren, code Morden im Shop-Meintrag. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesem absolut unglaublichen Gameplay mit Lockbait-Reiner. Cool. Ne, du seppst nun meiner Canon-Guard-Sexy-Walk. Okay. Immerhin hat er keinen Bubble, aber es wird trotzdem schwierig. Ne, du seppst nun meiner. Ne, du seppst nun meiner. Ne, du seppst nun machen. Junge, womit soll ich wissen, dass er so einen random Sepp spielt? Das Game ist manchmal so dumm, Digger. Der Sepp war eigentlich so ass. Kein guter Spiel hätte den Sepp gespielt. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass er den spielt. Ist so dumm. Da liegen wir. Danke. 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 Anderson . Danke. 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 Typ ist so nervig. Moin. Oh, was ist der hier? Kammelt. Keine Ahnung, Mann. Oh, Daddy! Daddy! Die Maschine ist dran! Schlag! Er geht doch einfach mit Bats plus... Er geht ohne Grund, wirklich niemand weiß warum, mit Bats GY rein. Wohlenloser Gegner. Kann mein Mighty mal sterben? Ja. 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 Gegner. Boah. Kurze Hose angezogen. Was denn? Jetzt gehen wir rein. Was spielt der? Scout. Gombol, Mör, Fireballon. Geil. Ich hasse das Deck, Digga. Zeh, er ist tot. Geil. Geil. von Morten Royal. Geil. 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 Bruder.. Was ist das für ein fucking Mighty Miner placement? das ist nicht ultra schlimm aber willkommen ist jetzt auch nicht es ist so schwierig das zu verteidigen auf dauer der gas santa der bände danke dir für deinen dankeschön wir überlegen was wir machen wir sind reudiger pimmel wohler ja das ist halt jetzt soll ich sagen ich bin gerade gekommen cool ist jetzt auch am tor mehr wie gewinne ich das ist überhaupt möglich zu gewinnen oder verliere ich das einfach so weit nichts tun kann oh er hat diesmal so in den Ofen gefehlt das ist nice komm kill den bohle bitte bitte mal die meiner go 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 danke ich muss rocket werfen ich krieg sonst kein damage mehr in dem matchup ich will mich irgendwann mit doppel fasst nudeln in meine augen der gegner muss ins gefängnis bitte helfen sie mir bitte helfen sie mir okay 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 yes let's go In den Knast mit dir. Let's go. Plus 15. Wichtig. Wichtig. 18 Trophäen. Let's go. Was spielt der? Fokus. Wir brauchen einen Scout. Das Deck ist echt nicht cool. Auch ein Booster Deck. Ist das Deck jetzt super cool. Wo ist die Game Sense? Oh, der Mighty Miner! Pass auf! Pass auf! Moin! Schlechtes Kelly? Egal. Oh, gut. Kurze Nase putzen. Ich hab meinen Nasenflügel aufgeschlagen. Okay. Fuck. Wir können es immer noch verlieren. Ich hab zu doll geputzt. Dann ist mein Nasenflügel... hab ich gegen geschlagen. Egal. Oh, gut. Sorry, Leute. Okay, Fokus. Okay. Doppel-Log. Kanone so gespielt. Ja. 15 Sekunden auf der Uhr. Das war's. Die geilen Mighty Miner so... Yo, Adrian, thank you for the six. Ich bin da gekommen. Ich bin da gekommen. Das ist die Place, Gott. Lol. Let's go! Wir sind Platz 1 des Planeten. Planeten mit Lockbait. Wo sind die Hater? Yo! Was denn? Irre! Was denn, großer CR durchgespielt? Erstmal die CL Qualifikation und jetzt noch Platz 1 der Welt mit Bait. Geil. 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 Ja! Ja.